Was ist Endoprothetik? Endoprothetik ist die Tätigkeit, in der bei einem Menschen eine Prothese implantiert wird. Eine Prothese ist ein, in Anführungszeichen, Ersatzteil, das in ein Gelenk kommt. Hierbei wird entweder das größte Teil des Gelenkes oder nur die Oberfläche des Gelenkes ersetzt, um die Funktion, die dieses Gelenk vorher hatte, wiederherzustellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017